herzlichen glückwunsch an alle leute heute geburtstag haben und herzlich willkommen ich bin wieder mech arena ich werde jetzt sofort loslegen mit wettbewerb denn ich habe nicht viel zeit ok und die erste runde geht los ich würde mal sagen schauen passt alles ja gut wir starten wir von rechts nach links das war diese runde nein woran ich denn mit denen jetzt hier in dieser runde das war nicht umland gelaufen aber ich habe ja jetzt nahkampf kampf ich wurde gedisst schild verschwinde gut los schießt schnell rache ist gut bisschen lag ich weiß nicht warum aber ist halt so 12345 j was ist das für ein name 12345 j ich habe ihn erwischt habt ihr das gesehen habt ihr gesehen oder wenn ich müsste was rückspulen ich kann es leider nicht es wird wir nur niederlagen es wird heute wieder nur niederlagen geben 2245 hat er mich doch fast erwischt die sauer es gibt so nichts ich treffe ihn nicht kein zielwasser getrunken jetzt hat er mich erwischt von unten ach der ist runtergesprungen egal komme er sagt er ist weg da ist der player wieder springen ach schade der doch haben wir vorbeigeschossen das war noch ein meter dran vorbei meine güte nochmal dann jetzt da vorne decke ok nächste runde sofort da war ich der beste aus meinem team ich glaube nicht ganz doch der beste aus meinem team hätte ich ja nicht gedacht aber bis gleich ich habe gerade vergessen ich rede hier und rede naja so viel habe ich noch nicht geredet aber ich habe trotzdem vergessen place drücken gut 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 Schnell den LKW verstecken. Ah, diesmal nicht getroffen. Schade. Okay, da muss er. Oh, ich habe keinen Assistent gekriegt. Mensch. Oh, ich habe keinen Assistent. Let's die Shotgun haben. Bam, bam, weg, wer hat? Oh, ich habe keinen Assistent. Oh, ich habe keinen Assistent. Ah, schon wieder verloren. Ich bin noch nicht gestorben mit denen. Bleiben wir bei denen. Dr. Wurm. Ich bin, glaube ich, der schlechteste Atelier-Schütze, den es gibt. Oh, ich bin noch nicht gestorben. Oh, ich bin noch nicht gestorben. Hat man. Dream ist da. Ah. Der aber unter der Brücke wahrscheinlich. Da ganz hinten ist einer. einer namens Player. Der bewegt sich nicht. Oh, ich glaube, der ist AFK. Dann könnte mir er doch, doch gewinnen. Ich bin immer noch nicht gestorben. Ich muss immer noch mit ihnen spielen. Außer, wenn die Runde vorbei ist. Wo ist der Player? Ah, da ist er. Der ärmste. Internet weg, ja. Ich hoffe, ich kann nicht befreien. Ne, kann ich nicht. Und down is a. Ja. Ja. Da schießt er auf mich. Ja. 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 Das schaffe ich glaube ich nicht mehr. Und da. Hehehehe. Oh. Trostum getroffen. Jetzt bin ich traurig. Okay. Jetzt haben wir etwas aufzuholen. Ups. Ah, ich bin trotzdem verloren. Obwohl der Spieler nicht mehr da war. Meine Güte. Was haben denn die Leute gemacht? Haben die so rumgeeiert wie ich? Ha. Ne. Was für ein Rumgeeiere hier. Fünf Tötung. War ich wieder der Beste aus meinem Team? Ich glaube nicht. Doch. Ich sag mir dazu gar nichts. Bis gleich nächste Runde. Okay und die nächste Runde geht los. Jetzt fällt mir auch gerade ein, was ich in dieser Runde immer gemacht habe. Ich gehe. Nimm meinen Typ hier mit dem ich stun kann. Süpür. Irgendwie so. Ne. Also mein T-Rex hier. Mit dem laufe ich jetzt so schnell ich kann. nach vorne. Nach vorne. Tack, 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 tack. Schneller. Ist mir gerade wieder eingefallen, was ich mit dem immer mache. Und dann renne ich nämlich da in der Dingens rein. Die KI probiert mich dann hier drin immer zu schnappen. Dann einmal kurz stunnen. Down schießen. Und wieder laufe. Hallo, ich bin Jenten, juhu. Hallo Jenten. So, da oben der eine hat mich gesehen. Schilmik. Äh, Schilmik. Schilmik. Schilminik. Oder irgendwie so. Down. Leck. Ui, 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 ui. Scheißen. Dreck. Scheißen. Dreck. Dreck. Wow. Die Embergun, die ist stark. Die Embergun, die ist stark. Wir werden schon wieder verlieren. Das. Mit dem kann ich da unten nicht reingehen, weil das ist doof. Doof. Ja. Und man hat das lang den anderen anvisiert. Mensch. Da hab ich ihn erwischt. Den Schilminik. Schilminik. Oder wie man dich da ausspricht. Oder wie man dich da ausspricht. Hä? Ich hab nen Optikfehler. Ja. Ja. Den haben wir. Ja. Ja. Jetzt kommt die hier hoch. Die spinnen doch wohl. Das ist ja mein Steak. 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 Guten Appetit. Oh. Schon wieder verlieren. Also. Da. Gibt's doch nicht. Also. Wenn man mit mir spielt, muss man verlieren lernen. Ne? Zack. Zack. Ah. Schon wieder dreimal verloren. Was ist da los? War ich wieder der beste Spieler aus meinem Team? Ich hoffe nicht. Oh. Das ist schon mal ganz schlecht für den besten Spieler. Ja. Meistens ist es dann das beste Spieler mit den meisten Kills. Ja. Alles hier nur Bots? Ne. Ne Güte. No more. Egal. Das war's für heute. Das Drumgeeiere möchte ich euch lieber nicht heute mehr antun. Deswegen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe morgen werde ich wieder gewinnen. Und ihr werdet dabei sein. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. IAN Untertitelung des ZDF, 2020